Na, den ist schon praktisch, nur da muss man uns natürlich auch richtig einsetzen. Zum Beispiel wie jetzt? Ja, das war doch mal schön eingesetzt. Vielleicht schaffen wir das sogar noch nicht. Oh, das wäre doch schön, oder? Das wäre ganz schön. Ja, das würde ich auch nicht ganz doll freuen und ich habe... Ach, das ist doch mal eine schöne. Das sieht doch mal schön aus. So ganz episch, ein Flugzeug in die Sonne fliegt und dann schlürzt es ab. Geht doch. Die sind wohl rastustisch. Stets zu Diensten, Achmed. Und die Jungs in Tobruk werden dir auch dankbar sein. Das ist jetzt auch neu. Da kann man seine Fähigkeiten verbessern. Also hier, Agilität, hier, da steht es nochmal. Verbessert die Flugzeughandhabung. Das Glück. Verbessert die Chance auf einen kritischen Treffer. Dann steht da zum Beispiel irgendwie, du hast den Tank oder den Piloten oder den Motor erwischt. Dann stützt es direkt ab. Was beim Tank eigentlich ein bisschen zu Action ergreiche ist. Ausdauer. Verbessert die körperliche Verfassung. Wenn das Flugzeug schon kaputt ist, dann kriegt man ein Bloody Scream. Entführung, äh, äh, Glück. Ja, ich glaube, ich kann, mach noch eine Mission. Seit der Whisky beschaffen hat Rommel den, äh, was? Schaumbock von Tobruk noch fester. Ja, wir bleiben jetzt mal bei Schaumbock. Schaumbock. Von Tobruk noch fester gezogen. Furz hat gerade Wallala als neuen alliierten Kommandanten in diesem Theater abgelöst. Aber es wird Mona hatte lang keinen Gegenangriff geben. Tobruk hält vielleicht durch, aber wir... Ich hätte es auch voll schön betont. Wenigstens kommen die Männer, äh, sich dank eines von mir eingeflogenen Whiskys von der Belehrung etwas erholen und sich die Birne wegsaufen, damit sie auch nachher beim Schießen, ja, die Freunde treffen. Also dann schießen sich alle gegenseitig ab, weil nicht, weil die betrunken sind, nein, weil sie keine Hirnzellen mehr haben. Das sieht man schon, äh, schön in einer Family Guy-Folge, da hat der, äh, Peter, ist so ein fetter Sack, schon wirklich fast ein Sack, äh, nur noch eine Hirnzelle. Ja, dann ist sie froh, kann lesen und dann geht ihre Brille kaputt, was irgendwie typisch ist. Und... Jetzt habe ich doch tatsächlich in meinem LP gegessen. Sehr unprofessionell. Ich bin zu faul, ich habe keine Zeit mehr, lese das selber, haltet das Video an. Diesmal mache ich es mal eine andere Variante, lese selber, ich lese nur die Ziele vor. Ja, geliniert die Luftabwehr, zerstört, blablabombers. Bomberum, blablab. Siehst du. Weshalb. Ja, und die wieder und jetzt. Mäuschen. Ah, das lese ich noch vor. Okay, der Name scheint irgendwie wichtig zu sein. Ne, bin ich überall. Okay, trotzdem werde ich den immer mit FAK aussprechen. Mac Donalds, ja, ich nenne ihn jetzt Mac Donalds, hat mich für Aufträge eingesetzt, die seine eigenen Piloten nicht ausführen können. Illegale Missionen, geheime Missionen, heikle Missionen, Emissionen. Er muss allerdings verzweifelt sein, da ich wohl im offenen Gefecht fliegen werde. Darum verzweifelt. Tommy ist sehr unzufrieden. Hm. Er sieht finster aus und raucht mehr als sonst. Das ist nicht gut, das ist ganz böse für die Lunge. Hm. Da kriegt ihr eine Terlunge. Äh. Und dann sieht eure Lunge aus wie der Asphalt. Äh. Dann könnt ihr euch die rausnehmen und auf den Asphalt schmieren, als zum Beispiel, wenn die da irgendwo vor eurem Haustier, zum Beispiel die Straße, auf ein Loch, und die da immer hinfliegt. Könnt ihr eure Lunge nehmen, wenn ihr ein Raucher seid, und da reinstecken. Äh, dann sieht man das gar nicht mehr. Ob wir sehen, dass ihr davon dann tot, dann auch ein bisschen später tot seid, aber wenigstens habt ihr das Loch gestorben. Ah, schön, oder? Daumen. Kriegst du einen Daumen da. Wo war ich? Äh, genau beim Rauchen. Ist er unzufrieden? Ja, sieht finster aus. Alter, genau. Ich sollte weniger Quatsch. Ich habe sogar gesehen, wie er vor einiger Nacht einen Drink nehmen wollte. Aber als er mich sah, macht er schnell einen Rückzieher. Nur das Geld hätte ich ihn davor zurück. In Mac... Äh, McDonalds, genau. So wollten wir ihn ja nennen. Akkugante Fratz schlagen. So, der Akkugante. Ich freue mich. Ach, jetzt, genau. Aufnahmen bei euch. Sonst hätte ich fast wieder vergessen. Ladezeit! Wir freuen uns, Ladezeit, dich wieder zu sehen. Freuen uns, Ladezeit, dich wieder zu sehen. Was habt ihr jetzt nicht gehört? Jetzt muss ich mich verstecken. Ich gehe in meine Schärmich-Ecke. Nein, mache ich nicht. Ich querle euch lieber. Ihr seid doch alle jetzt an den Stuhl gefesselt und müsst das hier auch euch angucken. Wird als neue Foltermethode eingeführt. So, auch mal wieder ein Schlückchen gesüppelt. Ich weiß nicht, ob man das nachher an der Stimme merkt. Ich weiß es nicht. Genau. Ach, die ganzen Geräusche mache ich mit dem Mund. Nicht, dass irgendjemand so schlecht hören kann oder das nicht zu erkennen ist. Da ist der dann denkt sich furzig rum. Ja, muss man ja auch mal sagen. Ich bin halt Let's Play Noob und ich habe keine Erfahrung und ich blabber schon wieder irgendwelche Scheiße. Die Achsenmächte sind vom Öl abhängig, aber alle ihre Treibstoffdepots werden gut bewacht. Du auch. Flakfeuer, Jäger, aber damit wirst du fertig und ich habe bereits mit dem Gruppenführer einen Bonus dafür ausgehandelt, dass ich diese Mission übernehme. Du bekommst dein Geld, aber das ist nicht das Wichtigste. Ich habe zu wenig Flieger und muss die Bomber in der Luft halten. Kann der euch jetzt arrogant vor... Aua. Ich weiß nicht. Ich kann sowas eh schlecht erkennen, aber arrogant? Sollten hier nicht welche kämpfen? Irgendwie im Krieg kämpft man dann nicht 24 Stunden lang? Ich habe keine Ahnung. Ich war ja noch nicht im Krieg und will es ehrlich gesagt auch nicht. Oh! Genau, das war... Das zu ihr sollte ich... Äh, ja, äh, wo ist es denn? Ah, da. Kommt ab! Bäh! Okay, das hätte man noch besser machen sollen. Boah! Klar doch! Ja, die Bodentruppen, die habe ich erwischt. So. Gute Arbeit, Derbeck. Nein, die war schlecht. Ich kann nichts hier. Falscher Jäger. Ups! Aber echt, ich habe mal mit einer Bombe einen Bomber zerstört. Ist das nicht ironisch? Ja, ja, ja. Ich fand es witzig. Schön. Warum hat er jetzt die Verfolgung abgebrochen? sind wir nicht alle irgendwie vom öl abhängig ach man aber echt ich hab mal hier online gespielt da waren das wirklich typen das glaubst du nicht da kommst du als normaler also als nicht sucht die gar nicht mehr von dem lecker genau sowas kritischer treffer mit mehr glück hat man so was hat öfter ja genau online spielen wenn man nur da als nicht sucht die halt ein bisschen spielen willst einfach nur so wenn vielleicht die normale ki zu schwach ist aber die ganzen pros oder nennen wir freaks da auch zu starten ja was machst du da ja toll musste ich mit einem vergnügen oder du wärst wüsste zeitlang frustriert darum sitzen ja also du hast die wahl oder du wirst auf das wäre natürlich auch ja genau hier auch eine möglichkeit ist da was aber wieso lekt es ich will nicht da so schlecht wo ist der also da von mir aus ein stern ich mach mal den stern ich will zu dir stern ich komme zu dir genau das war irgendwie bonus aufgaben ich weiß nicht ob also ich habe nur diesen einen stern hier gefunden im ganzen spiel bin da schon relativ frei wir haben neue informationen der weg anscheinend ist ein deutscher konvoi in der gegend sie ziehen ihre leute von den anlagen ab die du angreist es ist hart aber der konvoi darf auf keinen fall durchkommen genau das war das genau mit dem konvoi ja ich weiß nicht ob es im laufe der mission auch noch andere mission und alte bonus bonus mission gibt ich persönlich habe keine anderen gefunden man aber der rauch der ist auch schon gut gemacht aber nervt ein bisschen ich hoffe nicht dass jetzt irgendeiner nach hause kommt sonst muss ich mal kurz nein das muss ich da nicht machen wenn ich mal kurz die aufnahme stoppen weil ich bin ja ich bin auch ein familien menschen muss ich ganz ehrlich sagen nichts geht über die familie ja noch nicht mal zwei eine sehr schlechte sehr heute geht es vergoldet egal sehr erfolgreiche und übermäßige let's player karriere wo ich nur ein abonnenten habe und das ist ein freund